Sie möchten mehr Ordnung und Struktur in Ihrem Handwerks- oder Werkstattbetrieb. Die Arbeit soll leichter von der Hand gehen. Sie sind es leid, Ihre Mitarbeiter ständig zur Ordnung zu ermahnen. Dann ist 5S ein Baustein, den Sie selbst gut umsetzen können und der vor allem sofort wirkt. Aber oft fällt eben nach der ersten Euphorie man in alte Muster zurück und die Werkstatt oder die Autos der Monteure schauen in zwei Wochen genauso aus wie vorher. Wie man das vermeidet und was 5S genau ist oder in welchen Bereichen in Ihrem Unternehmen 5S täglich hilft, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit Optimierung von Unternehmen. Dieses Video ist der Auftakt einer ganzen Reihe von Videos zum Thema 5S. Also abonnieren Sie gleich den Kanal, damit Sie die kommenden Videos nicht verpassen. Warum braucht man eigentlich 5S? Hier sind jetzt ein paar Impressionen und nein, es sind keine Fake-Bilder und es sind keine Stock-Fotos, sondern ich habe sie alle selbst aufgenommen von Arbeitsplätzen, wie ich sie vorgefunden habe. Das erste Bild zeigt einen Back-Office-Bereich von einem kleinen Laden und man sieht eben, dass da Dekorationsmaterial rumsteht, dass da Kartonagen sind und so weiter. Letztendlich muss ja der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wirklich befürchten, wenn sie auf diesen Drehstuhl fest, dass sie von dem Ganzen aus außen herum irgendwo erschlagen wird. Also das ist wirklich tatsächlich ein Arbeitsplatz gewesen, wo ich sage, da kann kein Mensch arbeiten bei sowas. Das andere Bild zeigt eben eine Werkbank in einem Betrieb, in dem man Kleinwerkzeuge repariert, vor allem die Elektrikteile, eben die Motoren und die Getriebe und so weiter. Die sind auch hier zerlegt auf dieser Werkbank mit drauf und man sieht also auch im Hintergrund, dass zwar die Werkzeuge entsprechend mit aufgehangen sind, also jetzt nicht in einem Schattenbrett, aber zumindest sowas Ähmlichen, aber oben drüber stapeln sich die Unterlagen. Sie sehen hier, wie schief auch die Ordner alle sind. Zieht man einen raus, bollern die alle runter und wenn Sie die Schubladen von dieser Werkbank aufmachen würden, dann hätten Sie da drin alles durcheinander. Also ich habe mal reingeguckt, ich habe das aus Privatsphäregründen eben nicht das Bild hier entsprechend veröffentlicht, aber das war der Wahnsinn. Das Gleiche eben auch bei diesem Regal, was Sie jetzt im dritten Bild sehen. Man kann überhaupt nicht erkennen, um was das eigentlich hier wirklich geht. Es sind also sämtliche Orten, die schon seit Jahren nicht mehr angefasst worden sind, die vielleicht wertvollen Platz auch in der Werkstatt wirklich wegnehmen und trotzdem sind sie ja alles entsprechend durcheinander. Und auch das ist so ein Beispiel eben, wo wirklich keiner vernünftig mit arbeiten kann. Ein anderes Lagerbild ist hier, sind wir jetzt beim nächsten. Da sieht man eben, dass alles in irgendwelchen gelben oder blauen Kartons irgendwie untergebracht ist. Es ist zwar irgendwie was beschriftet, aber was wirklich in diesen Kartons drin ist, weiß kein Mensch. Das heißt, man müsste erst das halbe Regal ausräumen, man muss erst obere Kartonagen rausnehmen und irgendwelche gelagerten Sachen, um an die unteren Ort ranzukommen, um reinzuschauen, was da drin ist. Und auch das ist wieder ein Beispiel dafür, wo Sie garantiert darauf wetten können, dass unendliche Suchzeit und damit wirklich wertvolle Arbeitszeit von den Mitarbeitern einfach mit drauf geht. Und beim letzten Bild sehen Sie eben einen Bürobereich, auch aus einem Handwerksbetrieb entsprechend. Da sind zwar jetzt die Arbeitsflächen als solche vor den Monitoren noch halb aufgeräumt, aber an der Seite stapeln sich diese Ablagemappen und da sind Truhen und da sind Kisten und da sind Kartonagen. Und ganz ehrlich, wenn der Praktikant da ist, wo sitzt er am Katzentisch vorne quasi zwischen diesen Stapeln. Und auch das ist mit Sicherheit keine Atmosphäre, wo man wirklich sorgfältig und konzentriert arbeiten kann, sondern da muss man sich erst einmal irgendwo durchwühlen. Und genau das ist ja der Punkt letztendlich. Wenn Sie sich an diese Werkbank aus dem Bild zurückerinnern, wie soll denn da präzise mechanische Arbeit geleistet werden, fehlerfrei gearbeitet werden, wenn es da entsprechend so ausschaut. Und deswegen steigen wir jetzt gleich mal mit den Grundlagen ein. Also was ist 5S? 5S kommt aus dem Lean Management und wird so bezeichnet, weil alle fünf Schritte eben mit einem S beginnen. Es sind also fünf Schritte, die man da rein nach durchführt und alle beginnen mit einem S. Und der erste Schritt ist Sortieren oder eigentlich besser Aussortieren. Denn in diesem Schritt trennt man sich von allem, was nicht mehr an dem entsprechenden Arbeitsplatz benötigt wird. Konsequent wird jedes Teil begutachtet, in die Hand genommen und entschieden, was damit wirklich passieren soll. Bis der Arbeitsplatz tatsächlich richtig leer ist und zwar wirklich komplett leer. Auch die Schubladen, auch unter dem Arbeitsplatz, auch über dem Arbeitsplatz, rechts und links und so weiter, bis es wirklich leer ist. Dinge, die man täglich braucht, kommen auf einen Haufen quasi oder in eine Kiste rein. Dinge, die man nur ab und zu braucht, eben in eine zweite Kiste. Und alles andere wird entweder konsequent entsorgt. Zum Beispiel alles, was kaputt ist oder defekt ist oder was eben noch brauchbar erscheint, das wird dann eben entsprechend an einem anderen Lagerort mit einem Ablaufdatum versehen. Und wenn es dann wirklich innerhalb von z.B. einem Jahr nicht mehr verwendet worden ist an diesem Lagerort, dann wird es auch entsprechend konsequent entsorgt. Denken Sie mal daran, wie viele Kugelschreiber sind vielleicht in Ihrer Schreibtischschublade drin, die nicht mehr schreiben oder in irgendwelchen Büromaterialschränken, weil sie immer irgendwo hinten reingefallen sind. Letztendlich sind es genau solche Beispiele. Die Dinge, die dann wirklich tatsächlich gebraucht werden, die kommen in Griffweite zurück an den Arbeitsplatz. Und die Dinge, die man nur ab und zu braucht, werden eben etwas weiter entfernt untergebracht, aber immer noch gut erreichbar. Der zweite Schritt ist das Systematisieren. Auch hier haben wir wieder das S am Wortanfang bzw. das Ordnen. Und hier geht es darum, die Dinge, die zusammengehören, auch zusammenzufassen, zu ordnen und vor allem ihnen einen festen Platz zu geben. Das kann also im einfachsten Fall tatsächlich ein Fach für Stifte sein. Das kann natürlich auch das bekannte Schattenbrett sein in der Werkstatt. Und dabei ist es völlig egal, ob es sich dabei um Werkzeuge, Maschinen oder auch um Büromaterial handelt. Jedes Ding braucht eben seinen Platz. Und auch Schattenbretter machen durchaus Sinn, nämlich als Einlagematten zum Beispiel in Schreibtischschubladen, in einem Büroumfeld. Auch da können Sie Ihre Schere, Ihren Locher und Ihre zwei oder drei wirklich benutzten Stifte eben entsprechend unterbringen. Da gibt es übrigens auch ein Video dazu. Können Sie mal reingucken, wie man sich so ein Schattenbrett im Büroumfeld also wirklich selber baut. Das ist aus dem Do-it-yourself-Bereich, können Sie mal gucken. Ich fand es eigentlich ganz spannend, wie man mit Schaumstoff eigentlich was Tolles bauen kann. Und hier spiegelt sich aber auch die Mentalität aus der japanischen Kultur wieder, wo das 5S ja eigentlich herkommt. Wenn mich der 13er-Schraubenschlüssel irgendwo im Montagekoffer unten drin liegt, dann zwingt mich dieser 13er-Schraubenschlüssel, ihn zu suchen. Das heißt, ich musste mich da durchmühlen und muss eben gucken, wo ich meinen 13er-Schlüssel finde. Der Schlüssel zwingt mir also damit seinen Willen auf. Und wenn ich aber jetzt als Mensch den 13er-Schlüssel an seinem festen Platz verstaue, nämlich zum Beispiel in einer Lasche entsprechend drin ist, wo er ihn sofort sehen kann und wo ich ihn auch immer griffbereit habe, dann zwinge ich als Mensch meinen Willen dem 13er-Schlüssel auf. Und da ist auch wieder die Frage, oder wirklich der zentrale Punkt, wer beherrscht denn hier eigentlich wen? Beherrscht die Sache den Mensch oder der Mensch die Sache? Solange der 13er-Schlüssel oder was anderes mich dazu bringt, dass ich ihn ständig suchen muss, beherrscht ja die Sache mich. Und die Japaner halten es also für zertieft unwürdig, wenn eine Sache den Menschen beherrscht. Es sollte immer umgekehrt sein, dass der Mensch quasi die Dinge beherrscht. Das dritte S steht für Sauberkeit. Und damit meint Sauberkeit nicht nur die Befreiung von Schmutz und Verunreinigung, sondern die Reinigung ist auch gleichzeitig eine Form von Inspektion. Wenn Sie beispielsweise Ölflecken auf dem Boden von Ihrer Werkstatt haben, dann lässt sich wirklich nur schwer entscheiden, ob diese Flecken schon da waren oder ob eine Ihrer Maschine neuerdings leckt und vielleicht Öl verliert. Und wenn eine Kabeltrommel stark verschnutzt ist, dann sehen Sie vielleicht nicht, dass das Kabel an einer Stelle schadhaft ist. Vielleicht ist die Mandelung irgendwo defekt und so weiter. Und wenn es dann im Außenbereich benutzt wird bei Feuchterwitterung, das kann auch ganz schön gefährlich werden. Und das hätte man vielleicht beim Reinigen von der Kabeltrommel und von dem Kabel mit großer Wahrscheinlichkeit sogar entdeckt. Wenn ich das Kabel sauber mache mit einem Lappen, dann sehe ich eben zum Beispiel, ob der Mandel an einer bestimmten Stelle schadhaft ist. Also Reinigen ist in diesem Fall tatsächlich auch eine Form von Inspektion und nicht nur von Sauberkeit. Und denken Sie mal daran, auch im Büroumfeld, wenn man mal wirklich die Schreibtische leer räumt und dann mal wirklich sauber macht und so weiter, ist es ja auch ein gewisser hygienischer Faktor. Das kann zum Beispiel auch bei gemeinsam benutzten Tastaturen mal wirklich sinnvoll sein, die sauber zu machen. Oder denken Sie auch mal an Headsets. Es gibt Headsets, die möchte ich mir garantiert nicht aufsetzen, weil sie am Ohr festkleben. Der vierte Schritt ist das Standardisieren. Und beim Standardisieren als vierten Schritt geht es darum, die gefundene und mühevoll hergestellte Ordnung wirklich zur Regel zu machen. Also einen Standard zu etablieren, wie es sein soll. Und wenn Sie vielleicht mal in einer professionellen Küche gearbeitet haben oder mal die Möglichkeiten hatten, mal hinter die Kulissen zu schauen, zum Beispiel in einem Hotel, da kennen Sie vielleicht über den Anrichtetischen die Bilder mit den Mustertellern, wie eben etwas auszusehen hat. Und auch genau das ist eben eine Form von Standards. Denken Sie doch mal darüber nach, ob es denn nicht vielleicht sinnvoll wäre, wenn Sie jetzt Ihren Arbeitsplatz, egal ob das jetzt eine Werkbank ist oder ob das jetzt Ihr Büroarbeitsplatz ist, wenn der wirklich voll rausgeputzt ist, bicobello, sauber, so wie Sie ihn wünschen, machen Sie doch davon ein Bild. Dann können Sie immer wieder sehen, wie es denn eigentlich sein soll, wenn es in der Zukunft wieder dazu kommt, dass sich irgendwelche Haufen bilden oder dass da irgendwelche Stapel sind oder irgendwelche Dinge rumliegen. Und der fünfte und letzte Schritt ist die Selbstdisziplin. Halten Sie also daran, diesen Arbeitsplatz auch wirklich ordentlich zu halten. Und dieser fünfte Schritt, das ist meistens der schwierigste. Aber auch dafür habe ich ganz praktische Tipps für Sie. Bauen Sie doch die Überprüfung dieser 5S-Kriterien und vor allem, dass es so bleibt, wie Sie sich mühevoll gemacht haben, in Ihren Firmenrundgang mit ein. Wenn Sie jetzt Vorarbeiter sind, Büroleiter sind oder der Unternehmer sogar selbst, gehen Sie doch mal regelmäßig durch Ihren Betrieb und schauen Sie sich mal an, ob eigentlich Ihre 5S-Kriterien wirklich noch eingehalten werden. Und apropos Firmenrundgang, in welchen Bereichen in Ihrem Unternehmen 5S richtig viel Sinn macht und wo man da wirklich ganz konkret anpacken kann, das klären wir im nächsten Teil unserer Serie zu 5S. Bleiben Sie also dran, wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.